Wollen wir hier unten bleiben? So blöd, wenn die gleich eine Drohne anmachen, aber lass sie ja erstmal, sind ja quasi direkt über uns. Boah, hier liegen noch voll viele Platten. Oh, vor uns, vor uns, Vorsicht, vor uns. Okay, geil. Ich hab einen. Okay, ich mach mal einen IOV an. Der andere ist ja oben. Ja, 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 ja. Fuck, fuck, fuck. Oh, nice. Sauber. Schön. Der wollte mich grad finishen. Oh, wir sind noch markiert hinter uns, siehst du das auf der Map? Nein. Da, jetzt auf der Map, Minimap, also da sind sie. Ah ja, okay, okay, okay. Ah, sie hocken da drin. Ich muss Platten nachstecken. Oh, der Kreis geht zurück, die müssen weg zu uns. Sie sind jetzt in dem Haus, warte, sie sind da jetzt. Ich geh. Oh, ich hör noch Feinde, warum hostet hier noch jemand? Boah, hier sind mehrere noch. Ich mach einen Precision Airstrike. Relativ dicht. Ja, perfekt, ich hab gedowned. War gut. Ich sehe sie gerade nicht mehr, leider. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es noch jemand sein wird. Nein. Hinter uns, hinter uns. Team Wiped. Ja! Mine! Sehr schön. Geilo. Sehr gut. Richtig cool. Ich muss noch ein Nerven aufreiben am Ende. Yo. Ah. Wie cool. Das ist, glaube ich, mein erstes Mal ein Sheikah-Win. Ja, ich glaube, es hat sogar meinen... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind drei. Drei hab ich jetzt gerade, ja. Was sind Às? Ja?